Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Apex Legends Kontrolle. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen und über einen Kommentar natürlich auch. Genießt die Folge und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei Apex Legends Kontrolle. Schnell, schnell, schnell! Ja, meine Sohne! Oh, ich darf hier nicht mehr raus. Psst! Psst! Wooh! Ich meine Sohne! Einen habe ich? Ah, einer ist noch drunter. Oh, ernsthaft? Ja, denn du bist gerade komplett verkehrt gelaufen. Das klappt nicht so wirklich. Das klappt nicht so richtig. Oh, das ist ja unsere. Ah, ich bin nur stark allein hier oben. Wow. Diesmal habe ich schon hier drauf. Was ist hinter mir? Mein Spielkamerad war nicht mehr da. Was ist hinter mir? Möblich! Ui! Ui! Die sind bei uns zu Hause. Ich habe hier gerade so ein dämlichen Passfeiner am Arsch. Okay. Die sind bei uns zu Hause. 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 Ach, jetzt bin ich wieder in das Gras gelaufen. Ich habe hier aufgepasst. Hey, da sind so viele und ich habe davon keinen getroffen. So scheiß Schwarmraketen. Okay. Die sind bei uns zu Hause. 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 ist jetzt gerade so tun ja hier oben der rote passfreunde ja machen fertig schatz ja erledigt Mann da kommen ein paar rüber. Ja ja. Sind schon welche hier. Oh nein! Nicht schon wieder hier. Gut. Haben sie da eine Weikürde. Der schlechteste heute. Ganz ehrlich, Leute. Hat Spaß. Wiii. Nochmal. Ja ja, ich nehme A weiter ein. Ist schon okay. Ist doch schon wieder einer auf dem Weg zu uns. Oh. 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 Auf der SIP erschossen. Oh. Habe ich auch noch nicht so hingekriegt. Na? Kommst du zu mir süße. Oh. 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 Oh.